Oh, wir werden jetzt die Bohnen rum. Ja. Pass da an! Pass da an! Pass da an! Oh, der ist fast umgefallen! Es rappelt im Karton! Ah, da ist keine Auffahrt! Ah! 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 Da kommt einer von hinten! Ah, Gerrit! Auch nicht zum Kitzeln! Du kannst ja gerne meinen Penis anpassen! Aber nicht zum Kitzeln! Okay! aber nicht zum Kitzeln! Ich kann euch vorstellen, den haben wir gestern bekommen, das ist der Bär of the Lost. Hier kannst du laufen, kannst du chuckst. Guck mal, was richtig geil ist. Tada! Also vielen Dank nochmal an unsere beiden Mädels hier aus Göwe, die am Konzert waren. Da kriegt Hopsi ja langsam Konkurrenz. Ja, Hopsi kriegt Konkurrenz. Moin. 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 Überraschen jetzt Eisbrecher. Alex. Was? Alex, willkommen. Was macht ihr denn hier, seid ihr hier auf dem Türen? Seriously. 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 Hey. Mensch, alle sind sie da. Na. Ja. Was macht ihr denn hier, seid ihr hier auf dem Türen? Ja. Ich bin hier heute auf. Ja. Ja. Ich bin hier heute auf. Ja. Ich bin hier heute auf. Ja. Ich mach meine Eier und dann kriegst du einmal was halten. Ja. Ey, was ist das so geil ist, dass du das so geheim reistig bist? Das ist ja noch da auch nicht. Das ist ja noch gut. Ah. Ja. 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 Wie geht's drauf? Joach, schön. Ein bisschen. Ja. Eine kleine private Autogrammstunde für Alex. Ich präsentiere die CD. Langweilig. Ich liebe dich und schlaf mit mir. Hey, was machst du auf unserem Parkplatz? Hey, was machst du auf unserem Parkplatz? Hey, was machst du auf unserem Parkplatz? Hallo Jungs, alles gut? Ja, alles gut. Ruhig gehen wir. RUBERT! Wenn ich fragte los, Carmen. Lass doch nicht nur so eine Scheiße. Geh dir eine Hose kaufen. Ich weiß auch nicht. Ich dachte, es ist schön hier in Mailand. Nicht Bochum, da. Gehen wir mal Konzert spielen. Wenn der Feuer raubert. Ich bin ein. Bis zum nächsten Mal. Du bist auf dem Haus geblieben und schiefst. Du bist auf dem Haus geblieben und schiefst. Du bist auf dem Haus geblieben und gehst in den Folgen. Und als die Haze wird auf dem Eis. Du verlierst deine Seatbeln für den Flugzeug. Wir gehen mal vor und fahren mit einem Räumen. Das Schöne an Lord of Lost ist, dass Lord of Lost eine unglaublich kommunikative Band ist. Jeder unterhält sich gern, ist das schön, in dem Sinne, bis später. Das Schöne an Lord of Lost Das ist ein Geschenk des Tages. Wir freuen uns, dass wir uns das machen. Wir haben eine Methkeksung. Wir haben eine Methkeksung. Das ist uns auch ganz neu, dass es sowas gibt. Das ist ein Geschenk des Tages. Das ist ein Geschenk des Tages. Das ist ein Geschenk des Tages. Ja, das ist ausgegangen. Unsere Moderatorin ist wieder da. Hallo Süßer. Ich hab das vergeben, zum ersten Mal richtig schön Auto zu fahren und fahr die Jungs in die kleine Liebeshülle. Weil die sind schon ein bisschen müde. Es gibt ein bisschen noch mal lecker zu knabbern. Aber wir können jetzt auch fein ins Bett vielleicht noch mal ein bisschen anmachen. Aber morgen früh geht es nämlich weiter nach Hannover. So Freunde, es ist schnell mal gegangen. Es geht los. Bis zum nächsten Mal. 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 5. 6. 9. 9. 10. 10. 11. 12. 14. Untertitelung des ZDF, 2020